Mein Name ist Manuel Coppelho, ich komme aus Kuba und mein ganzes Leben habe ich getanzt und Musik gemacht. Als ich ein Kind war, ein kleines Kind, sieben Jahre alt hatte ich schon ein Franziskinderprogramm bei Tanz und Spiele. Meine Mutter war auch in der Tanz bereits verbunden, und nach und nach bin ich Profi gewonnen. Ich bin in Berlin und auch in Deutschland 20 Jahre alt. Ich bin in Berlin. Bei Salsa Cubana ist keine Choreografie, das ist ein liebes Gefühl von Fühlen. Wenn du bei mir alleine, dann kannst du diese Tanz überall in der ganzen Welt benutzen. Nicht nur in deiner eigenen Tanzschule, auch in der Disco, auch in der Geburtstagarty, in der Hochzeit und in anderen Ländern. Weil es ist wirklich durch Gefühle durchführen. sind die Be Bier telefonisch, in der heat zu füren! volontivers also hier ist das große Geld und nach Prozess und nach Prozess Vielen Dank.